Oh, freundlich ist der Leerlich, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, euer BenniPlay hier mit einer neuen Folge von Minecraft Together mit Night Konto Minan am Start. Der gerade mal kurz weg ist, ja. Alles klar. Und wieder da. Oh, nö. Ist das eine Schlucht? Oh nein, du willst mir jetzt nicht sagen, dass es eine Schlucht ist. Noch geh weg, ey. Och, nee. So, wie viel ist das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Elf, zwölf, drei, zehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, achtzehn. 13, 20, so. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, acht, elf. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun. Ein, zwei, drei, vier. Fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drei, zehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, achtzehn, oh, die sind schon da. Wow. Hä? Ich glaub, das ist so ein Eins falsch, ne, kann das sein? Oh, Freunde, ey. Oder beginnt das hier? Ne, das beginnt ja hier, genau. Das ist ja doch richtig. Oh, gut. In der Folge machen wir jetzt, so gut wie es geht, unser XP-Farmer. Ich glaub, das ist aber zu klein. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Bewegt sich mal nach tausend Jahren. Das ist ja alles gebaut. Oha. Kürtkünftige. Die Ausführung ist, also das ist der Rand, wo du gerade hergehst und alles in den Mittagensweg. Deswegen. Und hier. Was? Ja, alles in dem. Schau, bitte. Scheiße, das war meiner. Ihr fehlt jetzt zwei Hacke. Geht noch viel schneller. Yay. So. Frage jetzt noch richtig. Irgendwie hab ich's gewusst. Irgendwie hab ich's doch gewusst. So. Ich habe aber die Befürchtung, dass es leider zu klein ist. Das Wasser war echt guter Arbeit schon. Jetzt hat mich nicht das ein Zombie drin. Schade, wäre jetzt auch ein Traum gewesen. Ja gut. 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 Das war's. Das war's. Das ist klar. Ähm... Möchte ich doch am liebsten einen anderen Eingang haben. Ich bin jetzt gleich hier in Mitte bin ich fertig, ne? Ja, das ist gut. Der Hamburger... Ja, chill mal kurz. Ja, es will ihn doch. Gar keine Zeit. Hallo, es gibt einen Hamburger, hallo. Ja, geil. Das ist hier richtig. Das ist... Ja, das ist hier richtig. Ja, das ist hier. Ja. 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 Sehr gut. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber meine Befürchtung ist wahrscheinlich echt wahr, dass das zu klein ist. Aber man kann es natürlich auch immer wieder größer machen. Das ist natürlich kein Problem. das ist das zu klein ist. Ja. 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 Da muss ich nur aufpassen, dass es nicht explodiert, wenn man hier rausgeht. Ja. 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 Sehr gut. Ja. Ja. Wie war schon der Schilter im horror bin. so das rein so was kommt hier rein? nein, nicht an der Resid, alter hat ja kein Mensch so weiter geht's polter, polter, polter das kann ich weitergemacht kurz was machen auf Stein in den Ofen geballert das ist jetzt das, was wir jetzt ausgegraben haben? ok hast du noch genug Futter? warte noch ein Brot ja komm ich hab ja auch komm mal hoch ok äh naja ja ich glaube wenn wir doch ein hoch geht es ist ein bisschen problematisch weil ich glaub das Wasser ist dann da so ein bisschen in der Nähe so 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 und wollen wir mal weiter hier hat das oben auch noch also bis zu Deco da war es da ja ich bin gerade so ein bisschen dabei meine in der Offline Welt meine Arena müsste zu bauen aber ich glaube dafür ist die jetzt definitiv zu klein definitiv zu klein müssen wir die Breite gehen meine Offline Welt habe ich ja noch Bäume drin ja ja so ich glaube ich ist hier wieder Party in der Hütte Ah, die Duny ist gekommen. Das kann natürlich jetzt hier laut werden, also sorry dafür, wenn es im Hintergrund eventuell lauten wird. Und dann ist es, wenn die, wenn ich sie, ich, nicht, so, Mann, weil man nicht stören ja beim Aufnehmen. Und dann ist es, wenn ich sie, ich, ich, nicht, so, Mann, wenn ich sie es nicht 민, wenn ich sie es nicht will, ist es nicht, wir dürfen so, dass ich es nicht. Ohne Reden ist es hier. Auch Scheiße. ich will ja nicht so wie du sein, nix reden Nennt man Konzentration Ja gut, aber null reden ist schon ein bisschen Geht ja, aber ich rede halt nicht immer Ich muss gleich mal was austesten Das schon so klappt, aber ich glaube nicht So, ich will mal kurz was holen Einmal das Dann einmal das Aber ich weiß jetzt schon, dass das wahrscheinlich immer noch zu klein ist Das weiß ich jetzt schon Das weiß ich jetzt schon Ja, ist noch zu klein Lass mal zusammen aus dem Anfang Bitte? Ne, ist schon gut Ist ja eine Ausnahme noch, ne? Ja, können wir nachher drüber Alles klar So, dann gucke ich jetzt mal hier Das ist zu mal an der Wand wahrscheinlich Das kann doch nicht sein Sollte Bienen, ne? Sag mal, wenn ihr mir jetzt sagen wollt, dass das nicht mehr funktioniert Was ist denn hier drin? Da kriege ich aber einen Tick hier Ich habe ja einen Tick hier Hast du jetzt Futter? Verrottet das Fleisch Ich sagte doch, komm doch hier hin Ich habe doch Fleisch Naja, alles cool Ja Ich bin jetzt verrottet das Fleisch Also ich habe das gegessen jetzt Aber egal Ja Ja Okay 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 Also es klappt Es klappt Das heißt, wir müssen jetzt So viel noch weg machen Also nochmal zwei hoch weg machen Alter Schwede Das ist schon echt viel Aber egal Für einen guten Zweck halt, ne? XP-Farm und so Das war falsch Bei einer Stelle könnte es problematisch sein Weil hier das Meer ist Nein Oha Ja, wie gesagt, Meeresspiegel, ne? War ich denn jetzt richtig? Zwei 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 Masse gerade nur ein oder zwei Bei Na so war Darf ich zwei gemacht Da habe ich zwei gemacht Ich habe zwei gemacht Mann, scheiß Wasser. So. Alter Schwede. Das Wasser macht mich kürren. Ist ja zwei. Toll, muss ja alles weg. Super. So, jetzt haben wir es auch wahrscheinlich für alle Zeiten hier geklärt. Wer der Herr ist. Alles klar. Alter, da kommt natürlich noch mal Wasser. Leck mich doch, ey. So, jetzt ist es aber auch wahrscheinlich echt geregelt. Diese scheiß Ecke weicht. Anfällig aber jetzt haben wir es. Du musst vorstellen, genau so habe ich es auch in meiner Offline-Welt, aber halt noch viel größer. Ich glaube noch, ja, ich glaube doppelt so groß noch. Und das waren echt schon Stunden, die da weggeballert sind. Aber hat sich auch genommen, denn das hat auch so einiges. Aber man sieht ja, ist ja schon wieder fast hier geschafft. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, Alter. Alter. Aber für einen guten Zweck. Fällt das hier noch? Ja. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kampen Mainz ist geschafft ja aber es ist wahrscheinlich definitiv noch zu klein natürlich ist nicht weitermachen mir erst mal ich finde es ein Kitschmann mit sie Röntgen Ah, okay. So, hier. Hier. Ähm, bum 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 bum. Und auch eventuell noch ein bisschen mehr Platz für Crafting-Themals. Hm, dann machst du auf der anderen Seite. So, dann tue ich mal ein bisschen... Ach Gott. Da ist er wieder zurück. Hast du Sand? Sand? Ähm, ich hab Glow-Stone-Staub. Äh, ne, den brauch ich nicht. Ne, Sand hab ich nicht. Glow-Stone-Staub. Hol denn das rein? Das ist eine gute Frage. Achso, hab ich hier auch noch. Hier in der letzten. Ah. Muss mal ein bisschen überall reingucken, worum was hingehört, ne? Sonst... Na, ich guck Gott. Wo kommen denn diesen Lohnrouten? Auch genau da, wo du Glow-Stone-Staub drin hast. Okay. Ah, okay. So. Gott, wie viel Stein wir jetzt haben. Mhm. Mhm. Aber es ist gut. Ja, ich glaube, so viel Stellen brauchen wir aber gar nicht. Ja, aber da haben wir das auf jeden Fall schon mal, weißt du? Es ist besser mehr als zu wenig. Es ist besser mehr als zu wenig. So. Um Himmels Willen. Jetzt haben wir ja mega viel Stein. Alles klar, alles klar. So. Die Steinkiste ist schon fast voll. Ach Seelensand, hab ich vier Stück. Ja, sie sind viel, ich brauch aber normalen Sand. Müsste ich mal gleich da oben abgrasen. Blasen? Was suchst du? Ich werd mal gucken. Plastik? Für was? Oh, ein Stück Plastik. Vom Karton. Das ganze Getreidefeld ist fertig. Oh, hier auch Zuckerrohr, ich mein da. Kann ich auch mal abholen. Wieso, wenn's einmal richtig läuft, dann läuft's direkt mit der Nahrung hier. Ich hab nen Huhn. Ich will meine Körner haben. Ich hab' den Pfeil, ich hab' ihn verbrannt. Ich hab' ihn verbrannt. Ja, tu' mal das Huhn locken ins Gehege. Dann haben wir auch einen Huhn schon mal. das ist auf dich fokussiert und nein, ich habe dir Essen gegeben. Guck, jetzt geht es weg! Soll es ja nur... hier, da liegt noch Körner. Nur in der Hand halten. Da, da! Hier vorne! Bam, Joko! Oha! Ja, komm, komm! Kuzikuziku! Wo die Kühe sind? Ja, ja. Kann mir immer noch erweitern. So! Alter, wir haben über ein Steck Getreide. Nein, die Kuh! Die dumm! Die ist auf mich fokussiert. Äh, rennt die direkt raus, ey. Was ist die dranne? Ach, cool. Ja, das ist nämlich so schlimm. Wie geil! Nein, ey! Alter, was ist denn los? Bitte läuten, ey! Ey, was ist mit der? Tschüss! Wie geil war das denn gerade, ey! Mein Gott, was ist denn los mit denen? Ja, guck mal, wie geil die auf Getreide sind, ey! Ja, komm, Hütchen, du darfst auch mitmachen! Hey, das wär' ne Kreuzchen, die echt nicht so cool wär! Kuh und Schwein wollte ich sagen! Ja, gut! Alles klar! Haben wir das auch schon mal? Das Huhn steckt von der Kuh im Arsch! Dazu will ich jetzt nicht weiteres sagen! Kein Kommentar! Also daraus kommt richtige Missgeburde! Einfach mal raushauen, ne? Oh, Mann, ey! So! Warum hab ich denn jetzt kein Ding ins Bett? Hast du Erde? Mit? Ne! Ich hab' kein... Doch, 46! Knochen hast du aber nicht mit, ne? Äh... Doch, ein! Wir brauchen Knochen! Ach, genau! Das, was wir eigentlich farmen wollten, ist Sand! Wir brauchen Knochen. Ist das nicht? Was gefällt mir denn auch? Ich hab' ein gutes Gefühl. Das ist dein Kanal, und da gibt es noch zu Hause! Sopz mit mir? Ach! Ich hab' ein. ich habe genug sand geformt nicht auch hier so gut wie voll in Deutschland aber auch ein 30 Sand okay dann kannst du ja in die dinge tun die noch mal aus dem knochen mir auf dem kloch klochen b du bist in deinem im tag kraften die vier zwölf der klochenrein das in die m auch mehr sogar so klassisch 5 die Krise ich krieg die Krise Broters und Sonne gesporn das ist gut dann bedeutet das uns schon mal funktioniert älter Schöne und everybody is watching was heller wegbringen dann komm ich sofort wieder muss was was heller wegbringen dann komm ich sofort wieder ach so ok ey du Zombie das ist Zombie und das ist Zombie das funktioniert also ein bisschen ist schon mal gut das ist Zombie das ist Zombie so flaschen die müssen natürlich mit wasser gefüllt werden ich habe kein wasser immer ab alles klappt dass das glatt verpiss ich alter wir haben jetzt nicht wirklich halb vier oder hat er schon ja weil muss gar nicht nur video schneiden und so deshalb aber wie durchschneiden ja mein video auf meinem kanal ich hab keine ahnung ehrlich gesagt welches video ja das erste video von mir auf meinem richtigen kanal den ich dann gleich noch mach und so ohne nein keine let's play sondern so wie real life und so blogs und kanal ach so ok alles klar ok ok dann fangen wir also schon mal an was braucht man für das normale ich weiß nicht keine ahnung kloster ist auf jeden fall nether ist es nicht was braucht man denn für den normalen wir sollten mal melonen zusammenfinden dann nimmt man die also in wirklich richtigen minen das ist ein bisschen ja aber das hat zeit so 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 was soll jetzt mitnehmen um 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 leider nicht oder auch noch eine tülle hier kein zum spazieren mann mann also wir haben auf jeden fall schon mal viel geschafft das steht schon fest ich habe eine spinne gehört so bei creeper muss man natürlich auch aufpassen wir machen jetzt erstmal versuch nummer uno warum ist da noch licht siehst du es ist doch kein licht mehr ich bin gespannt ob das sport und ob das sport ist die frage auch mal gespannt und es ist nicht noch zu erinnern er ist nicht zu Okay, dauert nur ein bisschen, bis da mal was spawnt. Das ist die Frage. Tschööö. Meine Befürchtung ist halt einfach, dass es wahrscheinlich dann tatsächlich noch zu klein ist. Also das Problem. Oder vielleicht, wenn wir ein bisschen was weggehen. Ich weiß ja nicht, ob die direkt spawnt. Aber ich kann ja auch mal eventuell was nachgucken. Ach, ja. Eventuell. Hauptsache, die Spiele ist hier oben. Neck mich doch. Uhr. Nuu. Oh, das sind. Was war das denn? Uff! was macht denn hier so komische Geräusche alter ich weiß nicht achten ein Zauberer macht die komische Geräusche verpiss dich alter bei uns im Kühn das ist ein Zombie-on-Creeper was bei unseren Kühen drinne Tauben bin nur drin Creeper direkt davor ja dann snipe den mal weg wenn du noch feiler hast hey warum spawnt hier bitte hey warum kommen hier welche rein der hat mich oh der hat mich oh oh nein 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 oh mein gündnis war das knapp alter ja er hat mich grad mal kurz ne Pfütze in der Hose oh das ist ein Skelett hau rein ah guck mal hier ist Ton da ist immer eine an so möchte ich in der Folge noch ein bisschen ausprobieren vielleicht hat er jetzt schon was ein bisschen gespawnt mal gucken ja er ist wieder in die trauungs und träumen so gucken wir mal das ist wahrscheinlich die Geschichte hier Most japp roh schöne spinne ja zombies gesprochen hat auf jeden fall schon mal eins ist schön gut Oh, Fledermaus ist auch schon drin, ne? Sehr gut. Der hat nur eine Fackel in der Hand. So. Und zwar. Ah, das macht aber nicht so viel. Geht? Frage ist es nur, ob ich hier schon zu mir zu weiten. Und nicht. Jetzt so alt. Ja, ich bin hier wieder. Machen wir eventuell nur die Seite noch ein bisschen weiter. Die andere kann dann so bleiben. Damit das ein bisschen größer ist. Bis dann hat jetzt auch das TNT schon gemacht, deswegen ist es ja... Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für diese Folge. 50 Minuten sind schon wieder um. Ich sage tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Euer Billy Play. Bis zur nächsten Folge von Minecraft Together. Haut rein, haut raus. Tschüss. Tschüss. Adios. Tschüss. Tschüss. Tschüss.